Wenn du mich killst, kriegst du Corona. Die Aufnahme läuft halt nicht mal eine Minute. Wir sind am Aufnehmen raus. Oh nein, kannst drüben. Kannst drüben bleiben, macht Spaß. Und gerade eben auch noch reingekommen, ist auch noch Mega Max 28. Moin. Das erinnert mich so an gewisse Leute, Marvin, die auch einfach so in den Channel reingekommen haben. Ich frag mich, wie der überhaupt einen Supporter bekommen hat. Welch, wer ist Marvin? Der hier, mit dem ich gerade Stress hatte? Nein, der ist schon längst nicht mehr im Team. Wäre ein Best of Three, oder? Best of 10. Nein, bis jemand zuerst drei hat. Bin ich voll schlecht in Bad Wars? Was soll ich denn sagen? Die Server-IP ist A, das OP-Sucht, und G, A. Ja, die wird sich bestimmt noch ändern, oder? Wenn du mal da... Nein, das ist die jetzige Domain. Die hab ich jetzt für, äh, halb... Für ein Jahr jetzt. Du hast, glaub ich, noch die Arthanas-IP, oder? Ja. Ja, dann schick ich dir nachher die richtige. So, join. Ah. Weil über Arthanas... Ja, Arthanas ist weg, Alter. Über Arthanas hat man ab und zu verlecks. So, join. Ja, komm. 1 zu 0. Oh, wir sind nebeneinander. Das wird eine schnelle Runde. Weil ich ja so enorm schnell beim Hochbauen auch bin. Okay, schau mich jetzt mal an. Und jetzt, guck mal, guck mal. Ich komm mit dem Shop-System noch nicht, ganz klar. Guck mal, guck mal. Oh, fuck. Huch. Lock-Safe-East. Huch. Oh, ja. So. Okay, will ich gerne... Hallo, Mordrat. Kann ich... Ich kann dich gar nicht schlagen. Ja, wegen Spawn-Schutz. Jetzt kannst du erst. Ich bin tot. Ich weiß, dass du nicht tot bist. 2 zu 0. In der Welt spiel ich weniger aggressiv. Obwohl ich nicht mal aggressiv spiele. Kannst du gerne das ganze Video machen und siehst du für die nächsten 3 Runden, damit ich dann gewinne und dann Mord ranklick. Ja, okay. Komm jetzt, wo bist du? Äh, in irgendeiner Runde bin ich reingegangen. Dann spielen wir jetzt, äh, hier. Die Candy. Candy, schau mal hier oben. Das sieht doch geil aus. Mit dem Steg, wo das Wasser hier runterläuft. Also, ich find was anderes viel, viel schöner. Was denn? Diesen Kopf hier hinten, der entfällt mir voll. Der ist voll hässlich, Alter. Ist voll schön. Ne. Im Gegenteil. Den werde ich auch nachher wieder wegmachen. Wenn ein bestimmter Typ mich nicht verlinkt. Ah ja. Kann es sein, dass du diese Runde hier aufgenommen werden, dass du so ein Record-Plugin drauf hast? Und irgendwas steht im Chat von wegen, The Record has started. Was? Grün. Ach so, hinten bist du. Ach so, ja, doch, doch. Das wird immer, äh, hier gefilmt. Also, dass man gebannt wird. Und da steht eigentlich, wenn man in einer Runde gebannt wird, die, äh, Ban-ID. Äh, die Runden-ID. Kann ich es hier wenigstens noch als Replay selber angucken? Wenn man es verpackt hat, oder? Kann man nicht, nur ich kann es anschauen. Und du gehst safe in die Mitte, um die Gold zu holen, aber weil ich schneller bin. Ja, äh, ich weiß es nicht. Du musst mir nicht unter... Ja, ich bin in der Mitte. Ja, ich nicht. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ah. Ah. Das, was ich geil finde, weil jetzt, äh, wird im Chat auch, äh, den, der Rang-Prefix angezeigt. Äh, ich meine in der Tablets. Aber ich finde es besser, wenn deine, wenn die Teamfarbe damit angezeigt werden würde. Also, wenn du dich berot bist, dann ist es rot angezeigt. Das hatte ich ja schon, das hatte ich ja schon, aber weil ich heute, äh, etwas, äh, Plugin komplett neu machen musste, weil ich vieles verkackt habe, äh, ist das noch nicht eingeschränkt. Fuck, ich weiß nicht, weiß nicht. Okay. Ah, ich bin enorm scheiße. Ja, ich wusste auch, dass ich verkacken werde. Ah. 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 Okay, Okay, wenn du das so machen willst. Ah. 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 Ja, komm, gib Mod her und dann. Ey. Mist, es reicht nicht. Wie soll ich daraus ein 10-Minuten-Video machen? Mal, guck mal. Wir spielen jetzt eine Runde noch. Hey, ich komm nicht auf dem Server. Wir spielen jetzt hier die 1x1-Map und danach hol ich mir was zu fressen und danach, ähm, nach dem Fressen, weil es gibt's Pommes. Also, die geht im Moment. Äh, ich hasse diese Map. Eine Ewigkeit später. Weißt, ich bin noch nicht mal raus aus meiner Basis. Ja, da komm ich auch nicht drauf. Ja, gönnst du hier sehr Gold? Nee, ich komm nicht drauf. Müsste aber eigentlich auch eine Version stehen, welche du benutzen solltest. Ja, 1.8. Ja, die benutze ich auch. Wenigstens ein Bett werde ich bekommen. Nein! Fuck. Ey, wenn du jetzt mein Bett abbaust, bin ich gefickt. Wo bist du? Ja! Nein! Aber ich hab 3 gewonnen, die nur 1. Ich weiß. Dann müssen wir noch 3 runden. Ich hol mir jetzt meine Pommes. So, also ich gleich nachdem ich jetzt 3 mal verloren hab, krieg jetzt noch mal eine Chance. Wenn ich Platz 2 werde, bekomm ich Admin. Ich werde wegen Flying ist nur noch ein Nebel und ein Server gebannt. Dann gekickt, meine ich. Alter! EINE EINZIGER! Hä, ich bin einfach nur runtergefallen und werde wegen Flying gekickt. Ja, krasser Server. Geil, das heißt, es fehlt jetzt ein einziger, muss jetzt... Jetzt probierst du, er würde jetzt direkt leider auf mich gehen, halt. Das Bett gleich abbaue. Ich hoffe nicht von mir. Kann sein. Hast du dich in die Mitte gebaut? Vielleicht. Ich werde dir jetzt nicht verraten, ob ich das bin oder nicht. Bist du Team Blau? Vielleicht. Schreib was in den Chat. Nein. Schreib was in den Chat, sonst gibt es Wahn. Ja, damit du direkt weißt, wie ich mich targeten kann. Ja, 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 ja. Jetzt schreib. Vielleicht lasse ich dich hier in Ruhe. Jetzt nur noch den Blau zu stören. Ups. Ah, ich weiß, wer du bist. Nee, 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 nee. So, ich hab so Glück, weil der eine ist AFK und bewegt sich nicht. Ey, nee, oder? Komm her. Ach, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo überhaupt dein Bett ist, wo welche Insel überhaupt deine ist. Stefan Obama? Na? Nee, geh weg, ich will dich nicht. Ich will, ich mag dich auch nicht. Oha. Geh jetzt einfach die andere Seite rüber zu dir. Eier, was sind das gerade für Geräusche von Villagers, die so, hä? Fünf Villager machen gleich sich, hä? Fällt dir nicht was auf? Guck mal, wer bei deiner Base ist. Ja, ja, ich weiß es. Du bist gleich da. Und hohst du in meinem Bett. Um jetzt von da zu meinem Bett zu kommen, musst du einmal komplett über die ganze Map. Ja. Und du darfst jetzt nicht runterfallen, weil der Base in 3, 2, 1 weg ist. Bitte, der eine muss nur sterben. Ach, ich krieg schon wieder keinen Sinn. Jetzt komm her. Nein, ich will den einen. Du baust dich da jetzt gerade nicht wirklich hin. Nein. Was? Nein. Du baust dich da gerade nicht. Yes! 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 Stirb, du, kleine Ohrensohn. Komm, stirb! Ja, wir sind Platz 2! Scheiße, ich habe... Aber wenn ich... Ich habe keine... Ich muss schnell Essen holen. Ah, fuck. Aber du musst mich nur töten, dann kriegst du Corona. Ah, fuck. Ja, Digga. Was ist das schon wieder, ey? Wenn du möchtest, kriegst du Corona. Also, wenn du mein Bett abbaust und so. Ja, Junge, ich habe halt null Chance. Nein. Ja, ich habe halt auch admin, geil. Geil. Immerhin ist er Ehrenmann. Er hat mir nochmal eine Chance gegeben. Auf jeden Fall, deswegen schaut er gerne mal auf mit BAM. Es müsste eigentlich jetzt oben hier so ein komisches Info-Ding aufpoppen, wo er noch verlinkt ist, wenn er mir seine Channel nicht dann noch schickt. I'm gonna reconnect him. Ah, das kann ich ja. Ich muss erstmal natürlich das, da reconnect das. Uh, geil. Also, Leute, ihr seht, er ist ein Ehrenmann. Schaut das Video gerne bei ihm vorbei. Und ich fand zwar ein geiles Battle. Schaut gerne bei ihm dann vorbei. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich habe admin. Fehlt natürlich noch hier ein bisschen was. Der Server ist auch im Aufbau. Könnt ihr ebenfalls drauf schauen wie auf Grave.mc. Auch auf den. Ja, auch auf den natürlich. Hallo, wenn ich da jetzt Mut kriege, dann... Und ja, würde ich sagen, mach es mit dem Video. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao. Leute. Vielen Dank.